Und das Eisen hätte ich gerne. Eisen, 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 Eisen. Ja, für euch habe ich jetzt nicht genug Module. Das ist ein bisschen schade. Okay. Ich hätte eigentlich ganz gerne noch den hier irgendwo aufgebaut. Ja, sieht ein bisschen komisch aus, aber setz es mal direkt daneben. Nimm das da raus und tu das da in eine Kiste hin. So, wir haben jetzt mehr Schmelzöfen, die allerdings noch nicht alle Produktivitätsmodule haben. Setz mal die kleinen da rein. So, das heißt, wir brauchen jetzt mehr Eisenerz. Dafür bräuchten wir noch mehr Rosamodule. Oder einfach mehr Drills. 18.000 Ressourcen haben wir da unten drin. Oh, interessante Frage, wenn ich die jetzt rausnehme. Also, wenn ich Maus-Over mache über diesen Electric Mining Drill MK1. Steht ganz unten rechts, Expected Resources, 18.000 Eisenerz. Wenn ich da jetzt die MK2-Module reinstecke, zeigt er mir denn gleich an, wie viel ich dann bekomme mit den Modulen. Ich sehe nichts, weil da die Batterieanzeige ist. Aber es sieht immer noch wie 18k aus. Schade. Das wäre noch ein schickes Gimmick. Weil theoretisch müsste das Ding jetzt ja 30% mehr produzieren. Das heißt, es wären nicht 18k, sondern 22? 23? So, irgendwie? Ja, vielleicht. Tut er aber nicht. Aber ja, es kommt auf jeden Fall schon mal mehr da an. Das ist gut. Das heißt, nächster Schritt. Die Repairpacks werden eine Weile reichen. Die Roboter werden auch reichen. Die Türme sind da. Das ist da. Ja, nächster Schritt wird einfach nur sein. Ich werde jetzt regelmäßig mit dem Auto durch den Wald heizen, bis der Weg gut genug ist. Dann werde ich irgendwann anfangen, aus den Metallplatten zusammen mit Steinen. Ja, jetzt brauchen wir ganz viel Stahl. Also aus Stahl und Sticks und Steinen ganz viele Bahngleise zu machen. Und dann fangen wir an, nach und nach, was aber bestimmt noch 10, 12 Folgen dauern wird, eine Bahnstrecke nach unten zu bauen. Dann müssen wir allerdings unten in der Hauptbasis auch einen schönen Bahnhof endlich bauen, ne? Ich glaube, der Plan war mal gewesen, wir kommen hier reingefahren und halten dann hier. Werden hier entladen und dann sind dann unter gleich die Schmelzöfen. Das war mal der Plan. Ja, okay. Also einmal noch alles Eisen einsacken, dann runter. Eisen abliefern in der großen Eisenkiste. Da muss man raus. Dann wieder Brennstoff hochbringen. Wobei wir das Brennstoff eingliedern hier oben auch mal automatisieren sollten. Oh, ja, Roboter bitte reparieren. Kommt ein Roboter? Ah, ja, es kommen Roboter. Oh, der repariert sogar mich, obwohl ich schuld bin. Das ist doch mal sehr nett. Also hier kaputt, 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 kaputt. Dank. Ja. Okay, die Bahn fährt auf jeden Fall da. Also muss hier das alles weg. Dann macht sich hier einen Knick, fährt da rum. Und hier könnt ihr glatt runter, oder? Da ist die Basis im Weg. Okay, das will ich jetzt mal testen. Ich brauche Repair Packs, die alle aber erstmal grüne Chips herstellen müssen. Ich sollte unbedingt 400 grüne Chips näher mitnehmen. So, wir reparieren jetzt den Wagen komplett. Und dann holze ich einfach durch die Basis da unten durch. Im Idealfall mache ich alle Spawner kaputt. Die Baiter werden mir folgen. Aber ich fahre einfach bis zu meiner Basis und versuche nicht gegen die Wand zu fahren. Und wenn die Beißer dann ankommen, dann werden sie von den Lasertürmen weggeschossen. Das klingt so weit machbar. Noch. Weil die Beißer halt schwach sind. Ich sollte allerdings abspeichern. 107 A. Jo. Resumen. Warum was bei... Die Basis ist zu groß. Ne, ne, ne. Ich probiere es bei der Basis da unten. Das ist schon richtig. Ich sollte nicht ganz so viele Bäume mitnehmen eigentlich. Damit ich möglichst viele Lebenspunkte habe. So, da. Holz einmal durch. Oh. Ja, die Spucker sind doof. Zonk. Die Basis ist Holz. Das ist super. Crunch, 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 crunch. Okay, es war auch kein großer dabei. Rückwärtsgang. Hammer. Einfach nur Hammer. Achso, ich brauche mehr davon. Okay. Wir haben ein Sniper-Gewehr, das recht schnell Spawn-Dinger da töten kann. Was uns aber verlangsamt und schwierig macht und so weiter. Und wir haben ein gepanzertes Auto, was einfach durchbasen, durchrushen kann. Noch. Und das werde ich jetzt auch nutzen. Weil mir wurde gesagt, nutze alles, was der Mod dir bietet. Du wirst es brauchen. Und das nehme ich einfach mal beim Wort. So, also wir haben eine Batterie. Bahn. Ich brauche einen Trainstopp. Wenn ich einen Zug bauen will, brauche ich auch einen Stopp. Punkt. Das wäre, glaube ich, recht praktisch. Na komm, gib mir mehr. Wo werden wir angegriffen? Da oben. Wie viele Türme schießen? 23 Stück. Ja, Mauer wird beschädigt. Mauer wird automatisch repariert. Alles ist gut. Ich sollte da oben jetzt eigentlich durchheizen. Ja, komm. Also machen die Würmer hier oben nochmal kaputt. Oh. Okay, Würmer durchfahren ist nicht ganz so einfach. Spawner schon eher. So. Anhalten. Reparieren. Die Beiter wundern sich bestimmt auch, was das dafür komisches Ding ist, das angefahren kommt. Ah, das ist aber auch ein großer Bei. Ja, okay. Also, ne? Neuer Plan. Wir liefern keine Eisen aus. Wir holen keine Brennstoffblöcke. Wir holzen mit unserem Buggy durch die Basis hier. Einfach nur, weil sie doof ist und im Weg ist. Und wir das Eisen denn da auch abbauen können. Und danach holzen wir nach und nach durch alle Basen durch, die wir können. Solange wir es noch können. Also, da. Sehr gut. Sehr gut. Ja. Super. Das waren alle Spawner. Und ich kann mich nachher schön genüge tun an den Alien-Artefakten. Die jetzt alle auf dem Boden rumliegen. So, du fahr bitte dahin. Und warte. Die müssten jetzt eigentlich alle gleich auftauchen. Mhm. Piu, 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 piu. Oh, oh. Und... Kaputt. Jupp, 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 jupp. Aussteigen. Strom machst jetzt. Und Forschung. Ähm... Ich wollte gerade irgendwas erforschen, was Sinn macht. Genau, die Repair-Packs, die suche ich mal ganz kurz. Nee. Nee. Da. Ich habe die jetzt nicht gerade irgendwo übersehen, oder? Vielleicht gibt es die auch gar nicht mehr. Oder habe ich die schon? Die sind irgendwo anders? Nee, hier ist nichts. Gum-Crusher, nein. Nee. Nee, sehe ich nicht. Aber ich habe die auch hier beim Durchklicker nicht gesehen. Und ich denke nicht, dass es eins davon ist, was das freischaltet. Ja, Werkzeug. Aber es schaltet nichts Neues frei. Es erlaubt nur die Advanced Steel X. Na gut, dann mach bitte etwas Sinnvolles. Laser-Turret-Shooting-Speed. Zack. Zack. So, dann hätte ich gerne da einen Stuhl. Oh! Sehr cool. Sehr cool, sehr cool, sehr cool. Die Roboter machen das schon. Also, die einen Mast neu setzen. Hm, Repair-Pack da. So, mehr Repair-Packs. Hast du noch was drin? Nein. Okay, die Roboter müssen jetzt eigentlich nach und nach das Ding da oben reparieren. Ich schmeiß denen gleich mal ein paar Repair-Packs in irgendeine Bitschön-Kiste. Haben wir hier irgendwo eine Bitschön-Kiste? Ja, da. Äh, Repair-Packs. Repair-Packs. Da. Zehn Stück, nicht viel, aber am Anfang. So. Also, Eisen abliefern. Rosa-Module holen. Brennstoffblöcke holen. Aber in der richtigen Reihenfolge. Also, erstmal Eisen weg. Zwei Stacks mitnehmen. So. Dann ausmisten. Holz, Holz. Bundled Wire brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Denn Steine. Äh, ah, wohl Steine. Ja doch, nimm mal mit. Stell davon auch ruhig Mauern her. Und dann tun wir die Mauern oben in die Kiste als Ersatzmauern. So, Laser. Wir brauchen Stahl. Ganz viel Stahl. So. 19 Lasertürme. Das klingt sehr gut. Radarschlüssel brauchen wir nicht. Blaue Chips bräuchten wir theoretisch. Ja. Ja, müssen wir oben gleich mal angucken. Und ganz viele rosa Module. Hast du 50 Stück? Ja, das sind keine 50 Stück. Das sind dezent weniger. Aber das Eisen kommt jetzt hier an dafür. Das ist okay. Dann hätte ich ganz gerne davon ein paar. Damit ich nicht immer alles von Hand im eigenen Inventar herstellen muss. Ja, die könnten theoretisch auch weg. Gehen wir hier hoch. Da. Bau ich nicht, bau ich nicht. Fabriken weiß ich gerade auch nicht so wirklich. Aber lasse ich mal da. Oh, und das Eisen staut sich richtig schön. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. So muss das sein. Achso, unten ist nichts zu tun. Dann bau bitte doch mal 5, 10 Lasertürme. Weil wir haben hier eigentlich auch noch eine Kupferanlage, die ich verteidigen müsste. Ich weiß nicht, wie gut da die Verteidigungsanlage war. Ich glaube nicht so super. Und die Module. Die nehme ich mal mit. Und stelle unterwegs welche her. Ja, so. Und den gehe ich jetzt schon wieder nach oben. Obwohl ich bei weitem nicht alles habe, was ich gerne möchte. Oh, blaue Tränke kamen nicht, weil wir keine grünen Ärmchen hatten, weil wir kein Eisen hatten. Ist das jetzt behoben? Wo sind die blauen Ärmchen? Da kommen die grünen Ärmchen. Da kommen die grünen Ärmchen. Da arbeitest du. Okay, okay. Ja, also das Problem ist auch behoben. Die ganzen Probleme, die wir hier haben, in der Hauptbasis, ist eigentlich immer nur, wenn der Eisen Nachschub stockt. Du kommst bitte auch mal mit. So, also ich gehe jetzt gleich wieder nach oben. Nicht, weil ich super vorbereitet bin oder irgendwas, sondern weil ich möglichst schnell nach oben will, um die Basen zu zerstören. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass wir jetzt da oben bei dem RZ1 Außenposten so viel Smog produzieren, dass alle umliegenden Basen durchgehend mutieren. Weil sie halt den Smog fressen. Und das ist absolut nicht gut. Das heißt, wir gehen mal hier in den Rückwärtsgang. Drehen in der Wüste. Fahren gegen den einzigen Stein in der Wüste. Und gehen dann Richtung Basis. Nehme noch ganz viele Bäume mit, weil ich nichts sehen kann. Ich orientiere mich komplett nach Karte. Oh. So. Ja, also die Scheinwerfer sollten echt gefixt werden bei den Autos. Und vielleicht irgendwie noch so ein Kreis um den Wagen rum, wo Licht ist. Also eine Mini-Scheinwerfer in jede Richtung oder so. Darf dann auch ruhig mehr Strom verbrauchen. Aber das wäre echt praktisch, damit man sich ein bisschen orientieren kann, nachts wenigstens. Also ja, ich könnte das Nachtsichtgerät einbauen, aber das ist echt ultra hässlich. Diese grüne Anzeige dann. So. Rein da. Und vor allem, guck mal. Draußen. Ich kann hinter mir alles schön einigermaßen erkennen. Im Auto? Aber ja, es soll wohl realistisch sein. So. Wir sind schon recht nah dran, aber ich kann halt... Oh, oh, da kommt, glaube ich, was? Ne, ich habe Bewegung gesehen. Na, da ist ein Reparatur-Roboter. Den meinte ich aber nicht. Irgendwas kam von rechts.